Na ja, ich würde nicht direkt sagen, dass die lieb sind, weil sonst würden die uns ja nicht angreifen. Du bist die Treppe runtergefallen und bist davon überzeugt, dass du nicht einfach gefallen bist, sondern dass dich jemand geschubst hat? Ja! Ich habe schon ein komisches Gefühl im Bauch, muss ich ganz klar sagen. Echt? Ja. Nein, ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ist das Ihre letzte Möglichkeit, über diese Maschine noch was zu sagen? Schaltet die jetzt aus. Gibt es eine Möglichkeit, wie wir sie jedes Hauses verweisen können? Ähm, was war das? Das war die Flasche. Bist du da hängen geblieben, gar nicht mal drüber rum? Ja, ich bin ein Puscyak. Oh. Ja. Puscyak. Untertitelung des ZDF, 2020